Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin Swimau und wir sind wieder bei The Walking Dead und diesmal Episode 4 hinter jeder Ecke. Letztes Mal war er schon ziemlich heftig, heftig, heftig und sind mit dem Zug weiter Richtung Küste unterwegs und jetzt, ja, jetzt werden wir ankommen wohl in diesem Part und schauen was dort auf uns wartet. Los geht's. I've heard enough out of you, okay, Doug? Now, what the fuck's the problem? Ben! No! Just get in. We'll figure out what to do with you. I was trying to protect all of us. Holy shit, she's stealing the RV! I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow, but y'all keep going on like this, and that girl ain't won't make it. What do we do? Give me the God care. I'll do it. We need to help find a boat. It's our best bet it's safety. Okay, but we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. Okay, we'll look for them. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here, and you be sure to find me whether he wants you to or not. Now, what I need- Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 You need to rest. He needs to rest. Kenny, how much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? Sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Maybe this city's not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Hello? Hello? Are you there? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It calls for thee. Everybody! Run! Gehen! Ein bisschen zu nah, nicht wahr? Gehen! Was? Was? Goddammit! Was? 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 Und? Was? Von? Dass? her ich hatte keine Wahlmöglichkeiten okay 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 Es dauert lange bevor die Dinge außerhalb herausfinden, wo wir sind. Du wißt du, dass sie schmieren können. Ich will, ob ich das hier finden kann. Okay. Dann. Was passiert da hinten auf der Straße? Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe nur... Ich schlau. Ich schlau. Das ist niemals zu dir? Ich höre, was ich zu dir sagen. Du legst diese Frau wieder in gefährlich. Es wird nicht die Walken, die du überraschst. Ich verstehe. Ich glaube, wir können durch eine dieser Schmerzen? Man, ich glaube nicht. Wer hat diesen Ort gewonnen, hat sie alle festgelegt. Ja, sieht ziemlich solid. Wie denkt ihr, dass Kenny sie jetzt? Ich weiß nicht. Es ist... Es ist alles, was er zu denken, ist zu finden ein Boot. Er definitiv nicht möchte sprechen über Katja und Duck. Aber zumindest nicht mit mir. Vielleicht sollten wir ihn einfach mit ihm überraschieren. Ich werde es nachdenken. Okay. 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 Thanks, man. Please go and help Kenny. We need to get him inside. Now. I'm on it. Sit tight. Hey. I'm not going anywhere. Huh? Looks like something was buried here. Looks like something was buried here. Just a doghouse. Hmmm. Not thirsty enough to drink that yet. Hmmm? Huh? That shovel is never that useful. Yeah. Huh? 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 Ja, ich glaube, ich kann das durchführen. Wie geht's das? Findest du noch ein Weg in? Die Tür ist festgelegt. Es ist zu schwer, um es zu verletzieren, ohne ein ganzes Geräusch zu machen. Vielleicht gibt es noch ein besseres Weg in. Wenn es gibt, habe ich es nicht gesehen. Du denkst, dass vielleicht jemand noch drin ist? Nein, wir haben von ihnen gehört, die Racket, die wir machen. Aber wer hier ist, hat eine sehr gute Arbeit zu verletzieren. Ein tolles Ort, um zu holen. Wir können einfach herausfinden, wie wir in. Hey, wie hältst du dich, Mann? Lee, ich empfehle das Interesse. Aber ich glaube, ich glaube, dass meine Gefühle jetzt nicht zu helfen wird, uns in dieser Haus zu helfen. Vielleicht sollte man schauen, was man finden kann. Wir wissen, was was wir in der Nähe von! With Garnies? Okay. Wenn ich gewusst hätte, dass du immer das gleiche sagst, dann äh... Okay. Ha, ich weiß es. Mit der Schaufel mache ich das Grab auf. Ich wusste es. Was sehe ich jetzt gerade nicht? Irgendwas sehe ich nicht. Was sehe ich nicht? Das ist richtig. Okay. Das auch nicht. Yeah. Not much longer now. Irgendwas übersehe ich, Leute. Aber was? Mit ihm kann ich nicht mehr sprechen. Warte mal, Ben. Mit Ben habe ich jetzt nicht mehr gesprochen. Warte mal, doch. Ich könnte nochmal mit ihm. Auch nicht. Er hat doch hier... Kann er nicht. So. Jetzt bin ich verwirrt. Was sehe ich jetzt nicht? Ein Erdhügel? Ich muss hier mit irgendwem noch quatschen. Anders geht's ja gar nicht. Wie geht's? Nicht gut, so lange wir hier sind. Willst du bitte einen Weg finden, um uns rein zu bringen? The way I'm will be able to bust through that. What's this? Looks like there's some kind of pet door here. Aha, also doch ausgraben. Nein, du sollst es gleich ausgraben, danke. Der lebt jetzt, ne? Aber ich will... Mach das, was ich sage, okay? Oh Gott, das Riechen! Die meisten gehört zu jemandem. Okay, das ist nicht cool! Hm? Okay, wenigstens kann uns das Ding nicht mehr angreifen. Okay, wenigstens kann uns das Ding nicht mehr angreifen. Hier geht's nichts. Ja! Gott, verdammt! See anything in there? Nein. Sieht so, es hat sich schon abgemacht. Whatever you're gonna do, do it fast. Okay, let me see if I can reach up in there. Be careful, man. It's no good, I can't get it. Here, let me try. I think I can... Clem, are you okay? Say something! Ta-da! Good work, Clem. But don't go shooting off like that without asking first, okay? I was just trying to help. I know. And you did good. You just had me worried there for a minute. Can we maybe have this conversation inside? My legs starting to hurt like hell. Okay. Looks okay from here. Everybody in. Sorry, sorry. No, it's okay. I'm good. I feel better already just being off my feet. Thanks, baby. Ach, they're together. So, when were you going to tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was going to tell you. Kenny and I only found out yesterday. So, both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street. And we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't play games with you. I don't know who it was. All I know is they're no friend of ours. Damn right. I'm telling you, they don't want us getting to the river. Maybe they want those boats all to themselves. We'll see about that. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. We need to make sure Chuck is okay. Once it's quieted down outside, we'll all head towards the river. See if we can find him. Deal? Suit yourselves. And I'm not going to wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. The place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. Alright, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? Okay. Is there anything I can do? Thanks. I got it. I'm going to hang out with Chris and Omid until I get back, okay? Lee, I'm sorry. What for? Going through the door like that without checking first? I guess that was pretty dumb, huh? Just ask me first and next time you're going to outsmart all the grownups, okay? Okay. I'm going to be the little girl. I'm going to go outside. All empty. Nothing. Water's off. No power. Mein Doktor Walter. Ach, der kann wieder nur eine Richtung rein. Komm schon hier rum. Ich bin nicht so süß, als ob ich die Abwechslung habe, muss ich die Abwechslung haben. Ich muss schon seit einem Zeitpunkt arbeiten gehen. Du solltest sie nur mitnehmen, nicht saufen. Bist du sicher? Die Kloschüssel nicht untersucht. 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 Sie hat mal Danke gesagt. Die Kloschüssel nicht untersucht. 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 Oh nein, nein Oh my god Oh god Scheiße He kind of looks like duck, don't he? It's just a kid What the hell happened to him? There's nothing on him I guess he must have been hiding out up here Starved to death Jesus Christ I don't know if I can, Lee Couldn't do it before Can't do it now I can't ask you to do this, man I'll take care of it Like I did before Are you sure? I guess we'll find out This must have been where he slept All empty He probably died of dehydration before he starved Damn Just ran out of food Like we almost did Like we still might What a way to live What a way to die Sure Sure, there's us Poor kid Must have tried to hide out up here Until he starved to death This could have been Clementine If I hadn't found her where I did Patronen verschwinden Das ist kein verschwenden Aber leise, oder? Ich muss leise sein I'm sorry We should bury him I'll take care of it I'll take care of it Oh, God I'll take care of it Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was sick bastard hat das gemacht? Better nicht. Der Gunfire wird nur mehr Walkers gebracht. Du hast eine Karte auf dich? Ich habe nicht viel verwendet für kleine Veränderungen in diesen Tagen. Vielleicht kannst du einen auf der Straße finden. Da habe ich ja nicht gerade schon geguckt. Geht doch. Halt mal da auch noch ein Auto. Hier würde ich nicht weitergehen. Das muss ich nicht weitergehen. Fuck! Was ist mit dem Boot? Es wird nicht funktionieren. Hulls schraubt unter der Wasser, weil jemand die Batterie rausgebracht hat. Du kannst es nicht fixieren? Was ist das? 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 Eine Bede, wie jeder andere Ort in der Stadt. Plenty of docks, keine Boer. Das ist ja nicht so, dass diese Bedeutung ist. Was ist das? Das ist kein Wasser. Das war ein Bedeutung. Was ist das? Was ist das? Get down, get down! Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him running to that newsstand. Could be our bell-ringer. How about we go find out? Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. What the? What the? What the? No! Clem? Please, don't hurt him! You're not from Crawford. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. I'm not the guy on the ocean. She doesn't feed me there. This guy's gonna try to get into town. I'm not a guy, sorry. I'm not the one. Who the hell are you people? I'm not the one. Great. I'm not the guy taking care of him. Ich werde es einfach nicht mehr aufhalten. Ich werde es einfach aufhalten. Ich werde es einfach aufhalten, wenn sie mir sagen, wer sie ist. Geh auf, Scheiße. Der Name ist Molly. Molly? Ich bin Lee. Das ist Kenny und Clementine. Ich bin nicht aufhörter Probleme. Hallo. Ihr seid wirklich von Crawford, oder? Wo bist du? Nein, ich bin Macon. Kenny ist aus Florida. Sie hat keine Fragen für unsere Leben, Lee. Wie ist das Problem mit dem Crawford? Du bist sicher, dass du wissen? Als alles angefangen hat, einige Leute zusammengekommen, und die ganze Stadt entdeckten. Leute, die bereit zu machen, um zu bleiben, um zu bleiben. Ich versuchte sie. Warum? Wir sagen, sie haben eine Zero Toleranz-Policy für jemanden, die nicht, oder kann nicht, leben von ihren Regeln. Also, wie wissen wir, dass wir sie nicht? Weil es keine Kinder in Crawford gibt. Nicht mehr. Was bedeutet, keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder. Keine Kinder. Keine jemanden mit einer Medikation. Keine jemanden mit einer Bezüge auf die Gemeinde. Crawford ist alles über die Überflucht des Wettbewerbs. Das ist wie sie überflucht. Während der Rest des Welt ging um sie zu schütteln. Jesus Christ. Das ist nicht so, wie unsere Gruppe machte Dinge. Du bist nicht sagen, dass sie eigentlich... Ich meine, Kinder? Nein, die Kinder, sie einfach verletzten, mit ihren Eltern. Sie haben sie für sich selbst hier in der Welt. Warum? Wie gesagt, keine Toleranz. Crawfurt hat jemanden, die nicht in den eigenen Wettbewerb hatte. Wie sie sehen, diese Leute waren einfach ein paar Worte zu geben. Ein Dramat in ihre Worte. Wie wissen wir alles? Jeder in Savannah wusste. Was passiert in der Crawfurt wurde wie eine Geschichte ghost. Aber das war das. Ja, das wäre ich. Ich wusste es! Lee, ich wusste, dass sie diejenige, die uns folgen haben! F***ing mit uns! Geh das Finger aus meinem Gesicht, Grandpa, bevor ich es direkt auf deine Scheine schreie. Ich habe nicht folgen, ich weiß nicht, wer du die Leute sind. Geh das, Kenny. Die Sprache auf dem Radio war ein Mann, weißt du? Ja, also, wer du bist, die Bellen heute Morgen knappe hat uns alle getötet. Wir haben die Todes alle um uns. Das ist die Idee, Genius. Das ist wie ich mich um. Ich schreie eine Bellen in einer Nähe, um die Lokal Geek zu erzeugen. Ich habe mir ein paar Zeit, um die Bereiche zu verbrechen, die sie auszuliehen. Geeks? Das ist das, was Sie sagen? Ja, du kennst du, wie beim Karneval? Sie essen alles, was ich, oder tot. Das ist ziemlich smart, die Bellen. Es dauert sehr viel, um die Todesmacht zu retten. Böse dummen. Du musst einfach schnell gehen, rein und raus, bevor sie wieder zurückkehren. Schau, ich werde dich wieder fragen. Du bist nicht von Crawford, also wer du hier bist? Was machst du hier? Ich kam hier nach hier, um einen Boot zu holen. Ich hoffe, dass unsere Leute aus hier rauskennen, um etwas安全es zu finden. Ja, gute Glück mit dem Boot. Jemand mit einem Boot, aus hier rauskennen, als die Leute sich zu essen. Jemand mit uns zu essen. Einige, die hinterlassen wurden, Crawford hat ihn für Park. Autos, auch. Es muss da sein. Wenn es da war, denkst du, dass ich hier noch sein könnte? Ich bin über jeden Inch von der Stadt. Das ganze Ort ist weggezogen. Goddammit! Fuck! Hey, moron! Willst du deine Sprache unterhalten? Shit. Als du nicht auf einen Boot hast, ich empfehle, die Leute zurück nach wo du kamst, bevor... ganz großartig ist. 'sack. Super. Das ist das. Ist das... G-Gunshot musste ihn zurücknehmen. Ist das eine andere Reise zurück nach Hause? Mom, ist das eine... ich bin die stelle das herr kann man nicht mehr habe ich gar nicht genug zeit zu klicken ich muss durch die Sorte stehen die 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nur das kann was werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Zum Glück hat er immer ein paar Sprüche parat, sonst würde ich mir hier wahrscheinlich sogar wirklich die Seuche einfangen, weil ich die Dinger einfach mitnehme. Weil sie euch fragt, warum ich die Dinger jetzt gerne mitgenommen hätte. Keine Ahnung. Um die abzulenken, die Zombies zu schmeißen. Das kriegst du ja nicht auf. Da würdest du noch ein bisschen mehr trainieren müssen, mein Freund. Tja, wo ist meine Zange? Weg. Ach du heilige Scheiße. Warte mal. Ich möchte keine Ahnung, mein Freund. Ich versuchze ihn nicht. Es tut mir leid, was ich mich nicht. Ich versuchze ihn nicht. Ich versuchze ihn nicht. Wenn ich mich nicht in die Richtung, was ich nicht. Good thing I'm out here, and not in there. Seems to be... Shit. I'm out here, and I'm out here, and I'm out here. I'm out here, and I'm out here. I'm out here, and I'm out here. You deserve better, old man. Oh man. Oh man. Heilige Scheiße. Oh man. 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 Okay. Das war das war, das war das war Verdammt, ich kann es nicht Was ist das? Okay. Ich habe gerade ein ganz kleines, doofes Gefühl. Ich wundere, ob jemand hier leben kann. Schau an das alles. Es ist genug, um die Menschen für Monate zu bleiben. Ja. Jetzt ein Rucksack dabei haben. Das... Das wäre es. Oh mein Gott! Ja. Wer bist du? Es ist okay. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben auch nicht. Das ist das Grund, dass du sehr gut bist, um nachher und weg. Jetzt. Jetzt. Schau. Entschuldigung, dass ich dich verraten. Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht, dann wissen Sie, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Sie sind mir nicht lieb. Ich weiß. Woher kann er sein? Woher kann er sein? Alles andere hier ist tot. Ich bin nicht von hierher. Ich bin von Athens. Ich war in Macon. Ich habe ein Bruder in Macon. Du warst da? Wie war es? So schlecht wie hier? Ich bin sorry. Du kannst ihn nicht verlassen. 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 Was willst du mir machen? Schrauben ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr ein Bruder als jemand von Crawford ever showed uns. Ich denke, Vernon. Was denken Sie, wenn sie hier finden, dass wir hier unten stehen? Dammt. Du bist richtig. Entschuldigung, Freund. Ich kann mich auf das Risiko. Schau. Wir wollen das tun. Wir sprechen, okay? Was zu sprechen? Du kannst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler. heute Abend. Und ich glaube nicht, dass du mich auch nicht töten willst. Nein. Komm nicht näher. Oder ich schraube. Komm mal. Lass uns nur darüber sprechen. Vernon, was machst du? Schraube ihn! Niemand braucht, dass er getrunken wird. Geh es einfach. Ich habe gesagt, er ist ein Lion. Er ist einer von ihnen. Schraube ihn, bevor er uns töte. LOL. Die lassen mir auch keine Zeit, um... Also... Um irgendwie die Situation... Ach, jetzt darf ich sogar noch mal quatschen, oder was? Ich muss ihm die Waffe also abnehmen. Über das Sprechen kriege ich das nicht hin. Es ist gut. Es ist okay. Es ist okay. Ich habe keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Wir haben auch keine Probleme. Wir haben auch. Das ist weshalb... Es ist gut. 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 Ich werde einfach gehen. Du kannst ihn nicht verlassen. Er ist von Crawford. Wenn er zurückgeht, und sie wissen, dass wir hier sind. Du bist von Crawford? Sie sagen mir nicht. Ich weiß. Woher kann er sein? Alles andere hier ist tot. Ich bin nicht von hierher. Ich bin von Athens. Ich bin in Macon. Ich habe ein Bruder in Macon. Du warst da? Wie war es? So schlecht wie hier? Ich bin sorry. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schreien ihn in die Hände? Warum nicht? Es ist mehr eine Berge, als jemand von Crawford uns gezeigt hat. Ich denke, Vernon. Was denken Sie, wenn sie wissen, dass wir hier stehen, direkt unter ihren Fett? Verdammt. Du bist richtig. Ich bin sorry, Freund. Ich kann nicht den Risiken. Ich bin nicht von Crawford. Aber ich habe gesehen, was sie dort gemacht haben. Das macht mich krank. Ich bin nicht wie sie. Und ich glaube, dass du auch nicht bist. Ich glaube, dass du ein guter Mann bist. Bleib zurück, oder ich versuchte, ich versuchte. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Vernon, was du in die Hölle machst? Vernon! Relax. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Ich bin nicht von Crawford. Ich bin nicht von Crawford. Nein, ich bin wirklich nicht. Na gut, wir sind, oder wir sind. Wir sind. Wir sind, oder wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. wenn sie sich begleiten, das Haus zu verletzieren. die Mäste und die Mäste. aufwärts- und die Mäste nicht zu gefährden. Wir sind nicht Platz für Schwerte. oder Wunschläge. Oder in ihrer kleinen Mäste. Du bist nicht so alt. Also... Du bist leid? Wir sind leid. Wir sind alle Mitglied der von einer Kanzlerinnengruppe die hier in der Krankenhäuser befinden. Wir sind in der Zwischenzeit. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben bereits fünf von uns bevor die resten uns haben, zu holen, von ihnen hier. Diese alte Basement hat sich seit Jahren verletzt. Was ist das? Die Mäste? Ja. Die Ironie ist immer auf meine Liste wenn ich für einen Ort zu überleben bin. Wie findest du dein Weg nach hier? Ein paar von uns wurden von Walkern auf der Straße kamen hier versuchen, zu weg. Jetzt ich nur aus hier und zurück zu meinen eigenen Menschen. Well, das System du kamst durch, läuft all über die Stadt. Es wird dich woher du gehen. Diese Eier sind wie ein verdammter Maas. Eine Chance du kannst mich auf meine Weg nach zurück? Look, ich würde dir helfen, aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. zwei unserer Gruppe sind sick, und ich bin der einzige Doktor hier. Beside, warum sollte wir helfen dir? Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Brie. I had a daughter too. I lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. there's a place in the second half. I'll be back I feel so that one of them will die are dead. Oh, the whole way is Hallygally. Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax, I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Omid, honey. You're gonna be all right. Lee brought a doctor. All right, let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Oh, God. Clementine, you in here? Where is she? Clementine? 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 Wo ist sie? Ich sehe sie nicht irgendwo. Keine walker. Clementine, du hörst? Clem? Ich habe das nicht Zeit für das. Hallo? Was machst du? Oh, du weißt. Ich bin nur auf. Du hast nichts gefunden. Wir haben schon versucht den Ort. Du wirst überrascht, was die Leute missen. Trust mich, ich habe das schon lange gemacht. Wo ist Clementine? Ich frage mich, ich bin nicht ihre Keeper. Hey, ich sehe, dass ich mich in der Lage bin, um mich zu schrauben? Wo ist sie? Ich habe das letzte Mal gesehen, sie war downstairs mit deinem Redneck Freund, und der College-Kid, der mit ihm hängt. Wo ist sie? Warum kannst du sie nicht wegschrauben? Ich warte mir nicht. Ich will nur finden Clementine. Clementine? Nein. 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 Ich kann sie nicht sehen. Also doch unten. Clem? Clementine? Alles okay in da? Nein. Nein. Wir sind gut. Wir lassen uns alleine. Und lass den Doktor arbeiten. Clementine! Komm raus! Bitte! Kenny? Oh, hey, du hast es zurück. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. You wanna throw down again, like back on the train? Cause I fight better when I'm shit-faced. Hey, take it easy. I think you've had enough. To hell with you. Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Have either of you seen Clementine? Damned if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic and things got kinda crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? It's okay. I'm not mad at you. I just wanna know where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be towards your ass. Clementine? Clementine! Oh my god. The door is covered in hearts. I don't think anyone came in through there. Hi, Momo's is cat. Scheiße. Where is he then? Ge disrespectful to tell me. Okay… Frau… That's not the case. The house is caught up. It is bad. Holy account. Lange bin ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wenn die Episode zu Ende ist, dann bin auch ich offline. Weil ich auch arbeiten muss. Eigentlich hätte ich schon lange pennen gehen müssen. Aber ich wollte die Episode unbedingt zappen. Scheiße, scheiße. Oh. Oh, oh. Oh, da ist sie. Oh Gott. Ich muss die Lautstärke unbedingt leiser stellen. Ah, swear. Jetzt hat auch er wieder was zu grinsen. Ja. Heldfach. Der ist gut. Oh, das ist gut. Okay. You want the good news or the bad news? Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? We should go back out on the street, see what we can find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me. You don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. We negotiate with them like civilized people. We must have something they'd be interested in taking in trade. Negotiate? With Crawford? Once again, I have to remind you. You have no idea what these people are like. They'll take what they want and then decide whether or not to let any of you live. So what? No one has any ideas? There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. Okay. That's not bad. That's better. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan? Because we're going to need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? It's what going to be dangerous? Crawford. No, don't worry. We have a good plan and good people. We'll be in and out before they even know we're there. You trust me, don't you? Yeah. That's my girl. I guess I should go get ready. Uh, say what now? You said you'd need all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Where I'm going it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed always stay close to you. Oh. Oh. Can't I come with you? Scheiße. Okay. You can come. But you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we were Okay. I'm gonna go get ready. I hope that was the right decision. I hope that was the right decision. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than five people. Even with one of them a kid. Me? You? Clem? Clem? Krista? Omi? Ben? Molly? Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look. I'm just saying. If we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Hold up just a sec. You ready? Ready. Hey, whoa. Hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... I'm not leaving her alone in the house with only Omi to protect her. It's just not happening. For what it's worth, I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Hold on a minute. Plan what to do. Let's move out. Hold on.